Blutspender, das sind ganz besondere Menschen. Sie setzen sich aktiv für andere ein und übernehmen Verantwortung in unserer Gesellschaft. Mit ihrer Blutspende helfen sie Menschen in Not und engagieren sich so gemeinsam gegen Gleichgültigkeit. Da ist es uns ganz wichtig, Danke zu sagen, denn besonderes Engagement verdient besondere Anerkennung. Daher ehren wir Bayernweit besonders verdiente Blutspender. Danke für Ihr Engagement und die Blutspenden, ohne die eine Versorgung der Patienten in Bayern nicht möglich wäre. Herzlichen Dank für Ihre Blutspenden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.